Das ist die Folge von 1. April, ist gut, oder? Also, war das ein April-Sherz? Na toll, schön. Also eine Runde für den Arsch. Was für ein Scherzkeks? Ich muss noch viermal irgendwo drüberspringen, das erste Mal nicht gegolten, weil es mich da gehauen hat. Ich muss Vittorio hier seine komischen Börg auf vier, auf vier, auf vier, auf vier, Ja, 20, genau. Ich war vor uns bei 17. Da kam ein Tanchen im Deck. Oh Gott, das ist so schlimm. Oh, okay. Oh, was eigentlich nicht? Sorry. Alter, Mädchen, du schnaust wie so eine alte Frau. Ja, 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 wie so eine Dampflöcke. Ja, natürlich hat die mich gesehen. Natürlich hat die Olle mich gesehen. Das war ich nicht. Ich war's. Ich war's. Tchuldigung. Oh sie Palette. Entschuldigung. Die hat sich aber nicht stören lassen. Die hat Eiser noch im Griff. Brauche ich mich auch gar nicht sagen. Ja, du kannst ruhig gehen. Wo? Aua! Wo ist die Ponte? Wo bist du? Thank you. Ich warte, heilt. Ja, ihre Haare sind cool. Ich will ja ihre Haare haben. Ich hab's geschafft. Ey, das Netz bei den Tunneln. Weg da. Ich kipp gleich auf den Latschen. Nö, nö, solange du rennst. Wahnsinn, Generator. Boah. Da ist jetzt aber gleich. Jetzt hättest du dich heilen müssen. Solange du rennst, ist das nicht so schlimm. Die kommt. Und jetzt schlacken. Und jetzt schlacken. Ich kann mich eigentlich nicht. Ich kann mich die ganze Zeit heilen. Jetzt nimmt man immer noch Tunneln zum Mist auf. Ich bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab sie gerade vor dir. Ich hab sie gerade vor dir. Ich komm. Ich kann mir doch eh ein Zähnchen wieder hinterher. Das war doch so klar. Das war doch so klar. Komm her. Das war doch so klar. Das war doch so klar. Alles böse hin. Klar. Was schon klapp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020